Ich wollte euch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr die heutige Aufgabe erfüllen müsst. Also wer es noch nicht getan hat, dann guckt sich jetzt bitte ein Video von OR444 an und lasst ihn... Warum hat denn der Barkeeper eigentlich auch so vor dir? Und weil das ist eine Flasche Domper & Young habe ich bekommen. Ja, aber der Barkeeper... Was ist das denn so ein Witz? Nein, das war der Handel. Ja. Achso, ich dachte, du hast das so einen Spaß gesagt. Die Flasche kostet nur 35 Euro. Das ist doch kein Spaß. Wenn der Barkeeper nur Moe ausgibt, dann soll ich mich verbissen. Soll mal ein Level hochgehen. Junge Max... Was denn? Dieses Gute hier... Das hat ja schon über 200.000. Der Barkeeper soll endlich mal sein Level upsteppen und vom Moe wegkommen und zum Domper & Young wechseln, dann kriegt er wieder Zugang. Beziehungsweise erst kommt die Platze. Und dann kommt wieder die Fotze. Aber Moe schreckt besser als Domper & Young. Es geht um den Preis. Naja. Junge, der hat einen Level... Mach mal die Tür zu. Ja. Ich muss dir eh noch was zu trinken. Ach, Alter. Ja. 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 Ja.